Die Serengeti. Ein Paradies für Wildtiere. Doch im dichten Busch lauert eine fast unsichtbare Gefahr. Schlingenfallen. Es sind Tausende. Spezielle Ranger-Teams, unterstützt von der Zoologischen Gesellschaft Frankfurt, spüren diese Fallen auf und machen sie unschädlich. Die Teams sind sehr erfolgreich, denn die Ranger arbeiten mit ehemaligen Wilderern zusammen. Diese wissen genau, wo sie im Park nach fallen und wildere Camps suchen müssen. Mit Schlingenfallen wird hauptsächlich Jagd auf Zebras und Knus gemacht. Doch die Fallen unterscheiden nicht zwischen den Tieren. Sie töten fast jedes Tier, das sich in ihnen verfängt. Elefanten, Hyänen, Löwen. Fast jedes Tier in der Serengeti kann es erwischen. If they walk into a snare line. Eins hierfür in der Serengeti kann es erwischen. Mit Schがとう. Es istia, dass wir einmal ein ganzes Glückwunsch drauf tunen. Wir sind die Verwaltung oder ein ganzes Glückwunsch. Wir sind die Verwaltung, der sich die Verwaltung an den Tieren und den Tieren. Wir sind die Verwaltung der Tieren. Wir sind die Verwaltung der Tieren. Und dann haben wir Rude, Vizier, Gioni, Wakidya und Kamata. Bisher arbeiten drei Spezialteams in der Serengeti. Seit 2017 konnten sie über 40.000 Schlingenfallen unschädlich machen, hunderte Tiere lebend befreien und zahlreiche Wilderer-Camps zerstören. Die Teams leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, die Serengeti ein Stück sicherer zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017